Willkommen zurück zur nächsten Adventure, Story der Rules, Story Regeln und Wasser in der Kiste, oh Wasser, 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 so Hi there Mr. Mo, du bist Barnabas, der Fischer und hast wie so oft Unmengen Wasser getrunken, da es magisches Wasser ist und extrem lecker schmeckt das Problem, was, äh, und extrem lecker schmeckt, das Problem an der Sache ist, du musst pinkeln und dein Architekt hat vergessen, ein Kilo zu bauen, also machst du dich mit voller Blase auf den Weg zu einer Toilette, viel Spaß, wünsche dir Promix, Herr Pommes, ich nenne mich Blase, so Regeln, erstens, Schieten, nur bei mehrfachen Ferien, zweitens, Hebel nur auf Körbe, gesetzten, drittens, keine Blöcke abrunden, gesetzten, vierens, folge den Weg, die Welt ist offen, fünftens, kraften, ist erlaubt, sechstens, spiele auf einfach, wenn ein Creeper kommt, mach friedlich Seite 2 ist leer, und bitte sag mir in der Map, was dir nicht gefällt und was dir gefällt, ich freue mich auf jeden Rückmeld, mir gefällt nicht, dass Seite 2 leer ist, danke, so, nein Du sollst mir Ausrüstung und Dachboden holen, der Regen fördert den Haarndrang, was für ein Regen Hier scheint die Sonne, du verarschst mich Vielleicht ist im Magieturm eine Toilette Na klar, ich reine bis zum Magieturm, nur um eine Toilette zu holen So Die Lederhose ziehe ich nicht an Krank der Heilung Tolle Aussicht, okay, nein, wir gehen nochmal Dachterrasse Jeder braucht eine Dachterrasse, sogar du, mein Freund, sogar du Ein gebratener Fisch Eine Angel und Fisch Es sieht aus, als wenn er hier ein kleines Dorf gebaut hat Oder hier war schon ein Dorf Naja Wohin müssen wir, wie soll dem Wegen folgen Mine und Schlüssel Irgendwas mit Im Magieturm ist vielleicht eine Toilette Das sieht mir aus wie ein Turm Jemand hat abgeschlossen, ich muss den Schlüssel holen Er sollte in der Kammer von der Mine sein Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hier war die Mine, ne Du darfst Fackeln setzen Oh, wie nett Der Mineneingang ist verschüttet Oh, warum das denn Wer kam denn auf diese scheiß Idee So, wo ist denn jetzt hier Oh Gott, oh Gott Guck, guck Hallo Ach, das ist ein Kopf, der hat mich verarscht So eine Arschgeige Verdammte Natur in der Kammer ist auch verschüttet Was? Verdammte Natur, die Kammer ist auch verschüttet Aber ich brauche den Schlüssel Ich halte nicht mehr lange aus Ich muss Pipi Pipi, Pipi I want the Pipi, man I want your Pipi Pipi, Pipi Pipi, Pipi Das Telefon klingelt Pipi, Pipi Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Nanananana Nanananana Vielleicht muss ich ja jumpen Dann muss ich erstmal irgendwie hochkommen Oh, Eisen Darf ich das abbauen Ich nehme einfach den Weg hier Der sieht so aus, als wenn ich den benutzen darf Aber nur so aus Ich darf ihn gar nicht benutzen Ich shoote jetzt wahrscheinlich die ganze Map Die Treppen hier sind auch alles fake So Gut Naja, wir sind erstmal hier drüben Hier scheint die Hauptkammer zu sein Ich komme Hauptkammer, Hauptkammer Etna, Etna, Etna Jetzt höre ich aber Monster Monster Oh yeah Monster So Hombay So Hombay So Hombay Bly Bly Der Schlüssel Nun schnell raus hier Bevor Was einschützt Oder ich mir in die Hose mache Dann würde ich mal sagen Hauen wir schon eine App Bevor ich hier Pipi mache Aus dem Weg Ich muss mal auf Klo Heiß und fertig Ich komme hier nicht raus Doch So Schnell, schnell, schnell Die Leiter hier hinauf Pipi muss ich jetzt Jetzt bin ich gleich nicht mehr gut drauf Das war ein Wortwilz Hahaha Nein, okay Wir haben den Schalter Wir haben den Schalter Der Schalter ist in unserem Inventer Den Schalter haben wir Den Schalter haben wir Wir haben auch ein Bier Nein, haben wir nicht Raus und raus und raus Und Freiheit Freiheit Ah, Freiheit Dann gehen wir mal zum Turm Wir haben ja jetzt den Schlüssel La 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 Auf Goldblöcken darf ich entsetzen Ey, auf bin Hallo So Dann öffnen wir das auch nochmal Jetzt Die Tür wollte ich nicht Hoch hier, hoch hier, hoch hier Hallo Toilette Ist hier eine Toilette in dem Turm Hallo Ich muss pimpi Verdammt Hat hier kein Gebäude Ein verdammtes Club Vielleicht muss ich ja ins Bauernhaus Jetzt flott Steinschwert Aber verzaubert Auch, es ist weg Es ist wieder weg Immer wenn ich es benutze Es ist weg Jetzt geht's La 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 Ich hab ein verzaubertes Steinschwert Auf ins Bauernhaus Da ist ein Creeper oben auf dem Haus Egal Bauernhaus Auch nichts Ach, draußen Ich hab mich schon erschrocken Hallo Creeper Vielleicht oben Nichts Na gut Dann gehen wir mal hoch Hallo Verdammt Dies ist kaputt Kein Wasser Ich muss wohl zum Waldklo Ja Kann ja auch die Büsche machen Ist doch scheißegal dann Ja Jetzt ist ein Loch im Haus Naja Zum Waldklo Links Okay Ah, links Ich geh erstmal rechts Mein Essen ist bald leer Und erfüllen mich mal das Naja Körbissuppe Mein Kopf macht wieder einen Sinn Körbissuppe So Ein Schweinkirn Das sieht ja aus wie Onkel Bernhard Waldklo What the fuck Lass mich in Ruhe kacken Böse Spende Ey, ich will kacken So Und kurz bevor du gehst In deine Hose Und kurz bevor du gehst Ist deine Hose nass Oh Toll Jetzt bin ich auf Klo Und da ist meine Hose nass Hey Jemand hat was gesagt Mal sehen ob das klappt Dass ich das nicht mit Shift machen soll Sondern per Hand raus Und es klappt Besser PS Falls dir die Map zu kurz war Tut es mir leid Ich hatte kaum Zeit Aber ich wollte unbedingt Eine Map für dich machen Weil ich dich Dein größter Fan bin Wie fast jeder Der dir eine Map macht Diese Map entstand in zwei Stunden Das war's Mr. Moore Ich hoffe diese Recht kleine Map Hat dir gefallen Und nun eine Frage Warum hast du Nicht unbemerkt Gurgeln Wo in deinem Baum Gepenkelt Warum rede ich Wie ein Roboter Verbesserungsvorschläge Werden gerne umgesetzt Mit freundlichen Grüßen Promix Let's Plays Ja Ich bin eingesperrt In dem Klo Weil ich den Schalter Von innen gedrückt hab Schön Ja ja Wir müssen für immer Hier kacken Ich fand sie eigentlich gut Gut Drei